Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrans. Ich habe ja vor einiger Zeit ein Paket bekommen von den lieben Janik und da waren diese tollen It's My Eleven Spiele dabei und die werden wir heute zusammen auspacken. An dieser Stelle nochmal vielen vielen lieben Dank Janik für die tollen Spiele und die ganzen Merchandise Sachen. Es fehlt zwar Fantasy Live, das wirst du aber irgendwann in einem anderen Unboxing sehen. In welchen, das weiß ich noch nicht. Erstmal wollte ich heute nur ein It's My Eleven Unboxing machen. Ich selber hatte schon das erste It's My Eleven für den DS. Das habe ich damals sehr gerne gespielt. Da sieht man auch noch dieses Glitzer-Cover. Hatte zwar diese Stylus-Steuerung, die mir nicht zugesagt hat am Anfang, aber wenn man sich damit beschäftigt, geht das schon und das hatte sehr viele Rollenspielelementen. Dann habe ich mir für die Wii später in der Sumer Eleven Strikers gekauft. Das ging so in die Richtung von Mario Soccer, aber ein bisschen anders und hatte sehr viele Special Moose und das finde ich richtig cool. Ich habe es auch durchgespielt. Ich habe nur am Ende dieses Bonus-Team nicht besiegt bekommen, aber wenn ihr Sumer Eleven Fans seid, das ist halt actionreiches Fußballspielen, kein Rollenspiel, kann es euch nur empfehlen. Und als letzte hatte ich mir dann noch in der Sumer Eleven 3 Kettenblitz gekauft. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und ja, der Yannick hat mir dann die 2 DS-Nachfolger geholt, beziehungsweise geschenkt. In der Sumer Eleven Eissturm, also in der Sumer Eleven 2 Eissturm und in der Sumer Eleven 2 Feuersturm. Entdecke über 1500 Spiele, erstelle das ultimative Fußball-Team. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch mit den DS-Spielen an, mit Eissturm dann. Das ist ab Neujan freigegeben. Das würde ich mir sowieso irgendwann immer holen, habe es dann nie gemacht. Und ich weiß jetzt nicht die Unterschiede, welche es hat zur Feuerversion, aber werde ich ja dann rausfinden. Für DS-Verhältnisse haben die Spiele auch eine sehr schöne Grafik, wie ich finde. Die ganzen Spiele kommen ja von Level 5. Das sind die Entwickler, die auch nie eine Kuni gemacht haben. Und gucken wir doch einfach mal rein. Hier haben wir dann die Karte. Alte Nintendo-Punkte, ja, die kann man jetzt nicht mehr einsetzen. Und dann haben wir hier das Booklet. Sorry, da macht uns gerade einer Wasser an. Die Seiten kleben ein bisschen. Aber ich hoffe, das stört jetzt nicht so wirklich. Dann werden hier die Charaktere vorgestellt. Hier hat der Nintendo noch sehr schöne Anleitungen. Und das nervt mich gerade ein bisschen, dass jetzt gerade da einer das Wasser anmacht. Okay, jetzt hört es auf. Es ist immer so, immer wenn ich Videos drehe, naja, ich sage dazu nichts mehr. Dann haben wir hier, ja, Hinweise und eine alte Nintendo-Werbung von 3DS. Ich finde es gerade ein bisschen seltsam, weil das ist so eine DS-Werbung. Ja, Professor Layton, das habe ich. Pokémon Black habe ich in der weißen Edition. New Super Mario Bros. DS habe ich nicht. Mario Kart DS habe ich. Henry Crossen hatte ich mal. Habe ich glaube ich immer noch. Professor Layton habe ich natürlich auch. In der Summon Eleven habt ihr gerade gesehen. Dragon Quest Monster Joker 2 habe ich. Mario vs. Donkey Kong habe ich damals leider verkauft. Dragon Quest 6 habe ich. Mario und Luigi Bowsers Insight Story hätte ich gerne. Und Nintendo Cats und Dogs habe ich nicht. Und The Legend of Zelda, Occam in of Time muss ich mir noch für den 3DS holen. Super Mario Land 3 auch. Super Pokémon Rumble interessiert mich nicht. Star Fox 3D muss ich mir auch noch holen. Gibt es hier jetzt in dieser Select Edition. Und ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Aber auch erstmal hierfür wieder vielen lieben Dank nochmal, Yannick. Echt lieb von dir. Und ja, das war das. Dann haben wir hier Feuersturm. Auch ab 0 Jahren freigegeben. Und Ampfiff für ein neues Rollenspiel-Abenteuer. Ja, wie die Unterschiede steht nur in der Feuerversion. Feuersturmversion tritt gegen Rants gefährlichen Promace Team von Touched an. Sagt mir jetzt gar nichts. So sieht die Karte dann wieder aus. Auch in den Nintendo-Punkte hier. Und ich glaube, hier ist dieselbe Werbung drin. Gucken wir mal. Da ist gar keine Werbung drin, oder? Doch, ist dieselbe. Tun wir mal hier rüber. Gucken wir hier auch mal rein. Und habt ihr die Innazimmerleven-Spiele gespielt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Eine neue Bedrohung aus dem Welt. Aus dem Welten des Alles. Und ja, sieht schön aus. Die Serie habe ich auch als DVD mal gebraucht gekauft. Ist ja veröffentlicht worden. Aber hat auch einen sehr ziemlich dünnen Schuber, muss ich leider sagen. Aber die Serie war okay. Ist jetzt nicht meine Lieblingsfußball-Serie. Aber ich vergleiche die auch nicht mit Kickers oder zu Basel und Zora und so. Aber für sich ist die in Ordnung. Ich spiele aber lieber die Spiele, muss ich sagen. Ich lege die erste Spiele mal so hin. Dann haben wir Innazimmerleven-Go-Krono-Story. Wie jetzt da der Zusammenhalt unter den Fassungen ist, weiß ich nicht. Kann ich leider nicht sagen. Jo. So sieht das alles hier aus. Neu-Spieler, Techniken und mehr. Warten wir Internet. Okay, bereitgestellt. Keine Ahnung. Wenn ihr die Spiele gespielt habt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob es da jetzt storymäßig Unterschiede gibt oder nicht. Oder ob der jetzt... Ich glaube, bei manchen Spielen ist sogar eine extra kleine Story dabei. Dann haben wir hier wieder die Karte. Dann Punkte. Und hier hat man, glaube ich, schon kein Booklet mehr. Dann haben wir hier. Doch, hier ist noch so ein kleines File-Blättchen. Das finde ich cool. Das hat auch ein sehr schönes Motiv. Charakter-Design ist auch sehr schön. Und... Jo. Das war das. Gucken wir mal kurz in die Werbung rein. Pokémon und Omega Robin habe ich nicht. Und zum Löwen-Go haben wir gerade hier. The Legend of Zelda Majora's Must habe ich. Monster Hunter 4 habe ich auch. Dann ist das Spiel ja noch gar nicht so alt, oder? Yoshi, hier habe ich auch Fantasy Live, habe ich hier auch, dank dir. Und das war die kleine Werbung. Das war dazu. Aber allgemein könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr die Spielreihe findet, weil da ist auch jetzt schon wieder ein, glaube ich, ein neuer Teil angekündigt worden für den 3DS in Japan. Seid ihr große Fans oder reicht euch ein Teil der Reihe und ihr spielt ihn dann ewig, bis man eine Weiterentwicklung gekommen ist. Sagen wir mal, jetzt kommt ein neues Innerz zum Level für die DX raus. NX, nicht DX. NX, würdet ihr das jetzt wiederholen oder holt ihr euch jeden Teil. Hier steht nur in der Schattenedition die Ultimative Finsternis. Das finsternste, friose Team, angeführt von TatesCat. Und da steht noch eine besondere Nebenhandlung mit Nathan. Also doch ein paar Nathan, äh, paar Nathan Nebenaufgaben. Dann haben wir hier wieder die Karte, wieder Punkte, wieder ein kleines Faltblatt. Ähm, Yannick, wenn du das Spiel, beziehungsweise das Spiel hier gespielt hast und das Video siehst, ich hoffe du siehst es, kannst du mir ja mal sagen, mit welchem Go ich hier anfangen sollte. Oder wenn jemand andere da sich ein bisschen auskennt, sollte ich mit einem bestimmten Go hier anfangen oder ist das relativ egal? Und dann haben wir hier noch Innerz zum Level ein Go Light. Oh, ich habe nur noch eine Minute 27. Ich muss ein bisschen schneller machen. So, da haben wir hier nur die Lichtedition, das ewige Licht. Ein strahlendes Superstar Team, angeführt von Bailog. Bailog, exklusive Spieler, Kampfgeister und mehr. Eine besondere Nebenhandlung mit Xavier Foster. So, da haben wir dann hier, wieder das, die Karte. Die Tendo-Werbung ist, glaube ich, wieder dieselbe, deswegen zeige ich sie mich. Und ja, also ich kann mich nochmal ganz herzlich bedanken und alle Ina Tumal Eleven Fans. Sag mir mal, ob ich jetzt hier ein bestücktes Go anfangen sollte von diesen drei. Oder ob das egal ist und wie er die Spiele findet, wäre immer schön zu wissen. Ja, das sind jetzt alle meine Ina Tumal Eleven Spiele. Welche Fassungen gibt es noch? Ich müsste mich jetzt da auf Amazon informieren. Ihr könnt mir ja mal unter dem Video schreiben, welche Ina Tumal Eleven Spiele mir jetzt noch fehlen. Ansonsten bin ich, wie gesagt, total happy. Hatte wieder ein paar Sprachfehler, aber ihr kennt das ja. Und ja, würde mich über eure Kommentarbewertungen freuen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Garbatrons. Tschüss. Tschüss.